Bukadi32 hier. Heute zeige ich euch mal das Battle Royale Training. Wer noch nicht das so gespielt hat, sollte sich den Training, nein den, den Watt für den Mill, das Training mal angucken. Dieser weiße Kreis. Bleib nicht durchgeschützt und durchfassert. Bring aus dem Flugzeug unterhalb. Das Kurs breitet sich auf, die Sicherheitszone wird verliegt. Du wirst den Fallschirm heften wollen, bevor du die Boote erreicht. In den Fallschirm kannst du von den anderen weg sein. So, wir haben bis zu ersten Meter am Boden. Ziele sind markiert. An die Arbeit. Suche in den Gebäuden nach Wachstattposition. Achte auf das Geräusch von vorwärts geht. Gut gemacht. Rote Punkte auf der Winikabel zeigen die Position von Kreisen in der Leere. Und jetzt jagt sie. Auf die Seite. Hub Wie gehts? wo schießt er wie gesagt das sind ja jetzt nur bots aber manchmal stellen sich auch reale spieler so ein oder an ich werde hoch überall ballern die und hier irgendwie rein und ich habe ein ich habe wo laufen die denn oder stehen die fest auf irgendwelchen plätzen müssen auch umlaufen die bots sind aber nur noch 15 da ne das aber ziemlich weit weg von der sicherungszone ja 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 Der trifft ja gar nicht. Der trifft ja gar nicht. Der trifft ja gar nicht. Da ist jemand im Gas. Der trifft ja gar nicht. 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 Das war jetzt mal die Übung gegen Bots. Und dann wollen wir nachher mal sehen, wie es denn so ist. Gegen Real Player. Ob ich das denn auch noch so gut mache? Das glaube ich nicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.